Sehr schön. Dann müssen wir jetzt Geld sammeln gehen. Wir brauchen irgendwas. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht die 1A Kirsche verkaufe. Nicht die 1A Kirsche verkaufen. Chris, verkauf nicht die 1A Kirsche. Was auch immer du tust, verkauf nicht die 1A Kirsche. Oh mein Gott, Chris. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst das ganze Dorf anzünden, aber nicht die 1A Kirsche verkaufen.